Wir lesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 1. Juni. Dieses ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15 Es ist ein Missverständnis, wenn man meint, die Kirche Jesu Christi müsse die Wahrheit erst produzieren. Sie müsse den gerade jeweils gängigen Modewahrheiten Ausdruck verleihen. Umgekehrt ist es. Nicht die Kirche bringt die Wahrheit hervor, sondern, weil es eine ewige göttliche Wahrheit gibt, gibt es die Kirche. Diese Wahrheit hat die Kirche zu dienen. Der Apostel Paulus sagt es hier in einem Brief an seinen jüngeren Mitarbeiter Timotheus, in einem großartigen Bild. Wer durch Ruhm geht, kann Säulen sehen, auf denen ein Standbild sehr erhöht steht. Und wer europäische Städte besucht, dem fallen überall Denkmäler auf, bei denen durch einen erhöhten Sockel irgendein großer Mann im Brose herausgehoben wird. Nun sagt Paulus, Was diese Wahrheit ist, sagt der Apostel in demselben Brief, dass es einen einzigen Gott gibt und nur einen einzigen Mittler zwischen ihm und uns, Jesus Christus, und dass in Jesu Kreuz alles heil offenbar wird. Die Erkenntnis dieser Wahrheit errettet. Darum muss diese Wahrheit auf hohe Sockel. Herr, mache uns zu Zeugen und Dienern deiner Wahrheit. Jesus Christus segne dich. Herr, mache uns zu Zeugen und Dienern deiner Wahrheit.